In Ihrem Leben In Ihrem Leben haben Sie schon eine Menge Spaß erlebt und manche Orte kennengelernt. Auf einem Kreuzfahrturlaub mit Carnival beginnt der Spaß jedoch erst richtig. An so vielen Orten zu einem so günstigen Preis, der so viel von allem enthält. Zunächst verfügt Carnival über die neuste und größte Flotte von Kreuzfahrtschiffen der Welt. Von unseren neuesten Fun-Chips, die über 100.000 Tonnen Spaß umfassen, bis zu unseren kleinsten schwimmenden Ressorts, diejenigen der Holiday-Klasse. Die Schiffe der Fantasy-Klasse, die sich weltweit als beliebteste Kreuzfahrtschiffe erwiesen haben, die je konzipiert wurden. Die Schiffe der Destiny-Klasse, mit denen das Mega-Fun-Ship-Konzept begann. Die Schiffe der Spirit-Klasse, die mehr Kabinen mit Balkonen und Suiten haben, kombiniert mit hervorragenden Neuerungen wie die zweistöckige Promenade und das nur auf Reservierung verfügbare Abendrestaurant hoch über dem Atrium. Und schließlich die Schiffe der Conquest-Klasse, die größten der Mega-Fun-Ships. Stellen Sie sich vor, all diese Schiffe, diese unglaublichen schwimmenden Ressorts, bringen Sie zu den beliebtesten Urlaubszielen der Welt. Das ganze Jahr über fahren Sie zu den sonnigen Bahamas und zu den beliebtesten Zielorten in der Karibik und Mexiko. Es gibt Fun-Ship-Kreuzfahrten zu den majestätischen Landschaften Alaskas und den leuchtenden tropischen Farben von Hawaii. Es gibt sogar Sonderreisen, auf denen Sie die spannende Durchfahrt durch den Panama-Kanal erleben. Die Fun-Ships führen Sie darüber hinaus ins historische Neuengland und in die malerischen Häfen Kanadas. Wie Sie sehen, haben Sie die Wahl zwischen einer Vielzahl von Häfen in Nordamerika. So viele Abfahrtshäfen, so viele Zielhäfen und in jedem Bestimmungsort noch mehr spannende Orte und Spaß zur Auswahl. Zum Beispiel zu einem Wasserfall hinaufsteigen, einen Fluss hinuntertreiben, schnorcheln, segeln, mit Stachelrochen und Delfinen schwimmen, auf die Spitze einer Maya-Pyramide klettern, über einen Gletscher fliegen, einen Tag auf einem weltberühmten Golfplatz verbringen, Schnäppchen in zollfreien Geschäften einkaufen und so viele spannende Orte besuchen. Und das Beste daran ist, dass Sie überall hin auf einem fantastischen schwimmenden Resort reisen, das am Hafen darauf wartet, Sie wieder willkommen zu heißen, damit Sie die fabelhaften Einrichtungen an Bord genießen können. Wie den Spa Carnival mit hochmodernen Fitnesscenter, Sauna, Dampf und Sprudelbad und außerdem einen komplett eingerichteten Schönheitssalon im europäischen Stil, der wohltuende Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen wie entspannende Massagen, Maniküren und Haarstyling anbietet. Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, sich schön zu machen. Es gibt sogar eine Joggingbahn im Freien, wo Sie mit Blick auf das Meer eine Runde joggen können. Und wie sieht es mit den Schwimmbädern aus? Jedes Schiff verfügt über drei oder vier Schwimmbäder mit einem Kinderplanschbecken. Nur eine der zahlreichen preisgekrönten Einrichtungen des Camp Carnival-Programms, das eine Menge Spaß für Kinder jeden Alters bietet. Haben Sie Kleinkinder, gibt es hier einen praktischen Kinderhort, der es den Eltern erlaubt, mehr Zeit alleine zu verbringen. Teenager genießen ganz besonders die gesellschaftlichen Veranstaltungen und Gruppenausflüge, die ganz speziell und nur für Sie arrangiert werden. Eine der zahlreichen Möglichkeiten, um diese Zeit zu genießen, ist das Einkaufen im zollfreien Einkaufszentrum. Mit zahlreichen Geschäften für Markenartikel, Designermode und edlen Schmuck. Übrigens kann jeder Einkauf an Bord mit Ihrer Sale-and-Sign-Karte bezahlt werden. Sie müssen Ihr Portemonnaie also nie mit sich tragen. Weitere Unterhaltung finden Sie in der Bibliothek, wo eine breite Auswahl an Büchern sowie die beliebtesten Brettspiele zur Verfügung stehen. Und im Internetcafé, wo Sie im Internet surfen oder E-Mails an Freunde senden können. Wo immer Sie auf dem Schiff hingehen, steht Ihnen unsere freundliche Besatzung hilfreich zur Seite. Dazu gehören die internationale Hilfe im Zahlmeisterbüro, das Personal am Ausflugsschalter und jeder Kellner am Schwimmbad, Barkeeper und Offizier. Kurz gesagt einfach alle. Inklusive Ihres Zimmerstewards, der dafür sorgt, dass Ihre Kabine immer sauber und gemütlich aussieht. Sehen wir uns die verschiedenen Unterkünfte, die zur Auswahl stehen, einmal an. Zunächst möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die meisten unserer Schiffskabinen mehr Blick haben. Darüber hinaus verfügt ein Großteil über Privatbalkone mit spektakulärer Aussicht. Übrigens stehen Ihnen in den Kabinen mit Meerblick und den Suiten dicke, flauschige Bademäntel aus Frottee zur Benutzung während der Kreuzfahrt zur Verfügung. Natürlich gibt es in jeder Kabine reichlich Platz in den Schränken und Schubladen, internationale Telefonverbindungen, ein geräumiges Badezimmer und einen Fernseher mit den neuesten Spielfilmen. Außerdem große Spiegel, um sich für den Abend zurechtzumachen. Womit wir zur folgenden Frage gelangen. Was macht Ihrer Meinung nach mehr Spaß? Elegantes Speisen mit Viergangmenüs und Tischreservierung, mit Speisen wie Hummer und Filimignon und einem guten Wein aus dem hervorragenden Sortiment von Carnival? Oder legeres Essen drinnen und draußen, mit freier Sitzwahl und einer leckeren Auswahl von einem fabelhaften Buffet, einer Salatbar, hervorragenden Fleischgerichten, einem Dessertbuffet und vielerorts asiatische Spezialitäten und ein Deli im New York Stil? Es kommt nicht darauf an. Mit Total Choice Dining von Carnival können Sie jederzeit auf elegante oder zwanglose Art speisen. Im Hauptrestaurant enthält die Speisekarte immer ein Sondermenü für Kinder und eine köstliche Spa-Auswahl, die fett- und kalorienarm ist, aber trotzdem gut schmeckt. Zu den zahlreichen Speisemöglichkeiten gehören die rund um die Uhr geöffnete Pizzeria und, wir sollten Ihnen das gar nicht sagen, Eis und Soft-Eis rund um die Uhr. Außerdem steht 24 Stunden am Tag kostenloser Zimmerservice zur Verfügung. Die meisten Schiffe bieten außerdem ein Café im europäischen Stil, wo Kaffeespezialitäten und köstliches Gebäck erhältlich sind. Auf vielen Schiffen befindet sich außerdem ein nur auf Reservierung verfügbares Abendrestaurant mit schicker Atmosphäre und extra aufmerksamer Bedienung. Hier wird eine nominelle Gebühr erhoben. Dafür kommen Sie jedoch in den Genuss von Köstlichkeiten wie erstklassigem Rindfleisch und delikaten Meeresfrüchten. Auf unseren Schiffen ist jede Mahlzeit ein Genuss und das Abendessen ist immer wieder ein Erlebnis. Für Ihren Komfort haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Speisezeiten. Und sehen Sie erst, was nach dem Abendessen alles passiert. Sie haben unzählige Möglichkeiten. Ein Besuch im Weinlokal oder Shows im Stil von Las Vegas. Ein großes, spannendes Casino mit all Ihren bevorzugten Glücksspielen. Clubs, Lounges und eine Pianobar mit Ihren Lieblingsliedern. Atemberaubende Vorstellungen im Nachtclub. Ein Tanzclub, in dem bis zum Morgengrauen etwas los ist. Und wow! Mitternachtsbuffets, wo Nachtschwärmer Ihren Appetit und Ihre Kameras mitbringen. Wie Sie sehen, erwartet Sie unglaublich viel Spaß auf See und genauso viel Vergnügen an jedem Zielort. Ob Sie nun für ein kurzes Wochenende, eine Woche oder eine lange Kreuzfahrt von Küste zu Küste verreisen. Wir von Carnival können uns jedoch den ganzen Spaß nicht selbst anrechnen. Wir sind uns bewusst, dass der Spaß im Grunde von den Gästen kommt, die mit uns verreisen. Wie eine Funship-Kreuzfahrt wählen für einen Familienurlaub. Flitterwochen, ein besonderes Jubiläum, einen romantischen Ausflug, eine Kreuzfahrt mit Freunden, ein Treffen, einen Wochenendausflug oder sogar ein Geschäftstreffen auf See. Nette Leute, lustige Leute, fröhliche Leute, Leute wie Sie und ich. Leute, die gern Spaß haben. Der richtige Spaß für Sie. Von Spaß, wo Sie sich selbst stark an dynamischen Aktivitäten beteiligen. Über gemeinsamen Spaß bei fabelhaften Mahlzeiten, aufwendiger Unterhaltung und neuen Abenteuern. Bis zum ruhigen Vergnügen jener persönlichen Momente, in denen Sie sich ganz glücklich, geborgen und mit der Welt im Einklang fühlen. Sie werden auf jedem unserer fantastischen Schiffe einen tollen Funship-Urlaub verbringen. Wir geben unser Bestes, um Ihnen eine Carnival-Kreuzfahrt von unvergleichlichem Wert zu bieten, die Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Jetzt, wo Sie unsere fantastische Flotte, hervorragende Küche, unterhaltsamen Aktivitäten, fantastischen Zielorte und bequemen Abfahrtshäfen kennengelernt haben, liegt ein Funship-Urlaub in naher Zukunft. Wir freuen uns darauf, Sie bald an Bord eines unserer zahlreichen schwimmenden Ressorts, der Funship-Flotte, zu begrüßen. Wo Sie die nettesten Leute kennenlernen werden, Mehrwert für Ihr Urlaubsgeld bekommen und vor allem so viel Spaß an so vielen Zielorten erleben.